Wie geht's denn das aus? Das ist ein Blutlichter. Bei einem zum Einatmen und einem zum Ausatmen. Ich muss aber leider den Töckchen zubinden. Nein, nieder mit Schälen. Hey, da ist der Töckchen oben. Geh her. Geht's schon. Geht's schon. Geht's? Geh. Hey, du bist so ein Töcker. Was ist denn? Geht's schon. 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 Was ist das? Was ist das? Ich gehöre! Ich gehöre! Ich gehöre, ich gehöre! Was ist das?